Schon gewusst, dass Vorarlberg mit einer Fläche von 2600 Quadratkilometern viermal so groß ist wie Wien und etwa gleich groß wie Luxemburg? Dass Vorarlberg von Nord nach Süd 100 Kilometer misst? In eineinhalb Stunden Autofahrt gelangt man vom Ufer des Bodensees bis hinauf ins Hochgebirge. Dass im Ländler jedes Jahr 610.000 Vorratsmeter Tannen, Fichten und Laubholz nachwachsen? Dass jährlich 180 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus dem Bodensee gewonnen werden? Die Qualität gilt dabei als hervorragend. Dass Vorarlberg zu den wirtschaftsstärksten Regionen Österreichs gehört? Die Exportquote liegt bei 60 Prozent und ist die höchste im Bundesländervergleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017